Moin YouTube. Willkommen zurück in Hamburg beim Fitness Elevator. Und ich habe einen Tipp für euch meine neue Sucht, ein neuer Fund. Es geht um Tee. Und zwar um die Teekanne-Varianten von Caramel Apple Pie. Das ist mein absoluter Favorite. Und dann gibt es aber auch noch Lemon Cake und ich glaube, Blueberry Muffin. Das ist jetzt, ich glaube, eine neue Variante von Tee-Kanne, diese amerikanischen Flavors. Und da stehe ich ja total drauf. Und ja, dieses Caramel Apple Pie, das hat einfach diesen, weiß ich nicht, das erinnert mich an Amerika. Also das riecht da überall so ein bisschen, wenn man da so rumfährt oder in irgendeinem Vergnügungspark ist. Ich glaube, da haben die extra so eine Duftspender, damit das immer gleich riecht. Und ja, ich mache mir jetzt gerade so einen Tee. Das heißt, ich mache mir sogar zwei davon fertig. Das heißt, ich koche mir hier immer fast so über einen Liter auf und tue dann da zwei rein. Damit es schon mal ordentlich was für die Hydration tut am Morgen. Bebe, was sie? 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.